Die Stadt hat kein Geld. Das hat den Vorteil, dass man sich in der Stadt um Geld keine Gedanken machen muss. Die Oberbürgermeisterin hat einen ganz neuen Stuhl für schlappe 900 Tacken. Beim Probesitzen hat sich über die Kosten keine Gedanken gemacht, sagt sie. Muss sie auch nicht. Über Geld muss man sich an Schwerin keine Gedanken machen. Schwerin, es waren am Montag nur ein paar hundert MVG da, Demonstranten. Aber Schlagzeilen haben sie bundesweit gemacht, weil sie sich still in die Hand drücken lassen haben, mit denen sie gegen sich selbst protestierten. Das Wetter, die Polizei warnt, am Rande von Demonstrationen könnte es zu Niederschlägen kommen. So, das war es für heute. Auf Wiedersehen und wenn Sie mehr wissen wollen, abonnieren Sie uns.